Hallo liebe FCK-Fans, heute im Türchen von unserem Partner Kaffee24.de eine Kaffeemühle von Lelit und außerdem könnt ihr auch noch gewinnen die Meisterartikel von 1998. Wenn ihr die nicht gewinnt, könnt ihr die auch bei uns im FCK-Shop kaufen und außerdem wünschen wir euch frohe Weihnachten, schöne Festtage und einen guten Rutsch. Frohe Weihnachten! Musik